Hallo liebe Freunde! Melek hier, schön dass ihr eingeschaltet habt. Da unten, liebe Freunde, wie ihr uns schwer erkennen könnt, ist sozusagen Hagiwagi zumindest vorhin runtergefallen. Vorhin sag ich auch vorhin, weil es in der letzten Episode zumindest war. Und jetzt machen wir weiter. Und falls ihr den Kanal natürlich nicht abonniert habt, dann lasst doch mal ein Like und ein Abo da. Das wär mega cool. Wo ist der denn jetzt? Der ist da unten hingefallen, der Assi. Den kann ich wirklich Assi getrost nennen. Und ich bin da unten, da sind wir ja abgehauen. Und hier oben war das. Das war sowas von krank und gestört. Ey, der hat sich ja richtig wehgetan hier unten. Der ist 100% tot, oder? Das kann doch keiner überleben. Keiner. Ich hab mich so erschrocken. Also, ich hab mich so übertrieben erschrocken. Das passiert keinem. Heftig. So, ich lauf jetzt einfach mal den Gang hier lang. Es gibt ja keine anderen Wege quasi. Was ist denn hier? Ey, mach keinen, bitte jetzt. No run. No stop. Go back. Danger. Turn around. Mach keinen Mist jetzt. Muss ich da nach hinten? Wart mal, Leute. Ich will mal hier gucken. Ey, ich hab gar keine Lust jetzt. Bitte. Bitte nicht. Hier. Power. Power. Drücken. Ich kann dir gar nichts machen. Ich hab gar keine Kassette. Tolle Wurst. Dann muss ich da ja lang. Vielleicht ist da oben irgendwo bei den Figuren irgendwo eine Kassette, oder? Könnte es das sein? Ah, die Tür ist auf. Wow. Das glaubst du ja wohl selbst nicht, dass wir hier lang gehen müssen. Das sieht sehr, sehr, sehr schön aus. Ja. Wir kommen. Ein wunderschöner Ort. Wo ich mir trotzdem in die Hose pisse. Um ehrlich zu sein. Was ist das denn? Dieses Game ist sowas von geistig krank und gestört. Ich hab mich, glaub ich, noch nie in einem Spiel so krass... Hab ich das grad gesehen hinten? Ich glaub, ich hab mich noch nie in einem Game sowas von krass... Oh, echt, ich hab noch nie in meinem Leben in einem Game mich so krass erschrocken. Noch nie. Hallo. Wer ist das denn? Ja, hallo. Creepy. Die Creepy Puppe. Wer war das nochmal? Die Schwester, glaub ich. Ah, ich hab ihren Namen vergessen. Sie hat einen Namen. Ich hab ihren Namen vergessen. Sie hat einen Namen. Wie heißt sie nochmal? Ich glaube, sie hieß Angela, oder? Angela. Hallo, Angela. Ähm, Krabbschi, Krabbschi. Wow, ey. Das ist Chapter 2? Stopp, Chapter 1. Poppy? Ey. Ich schwitze immer noch. Dieses Game ist voll creepy, ehrlich. Was zur Hölle? Wie könnte es denn weitergehen? Freunde. Vielleicht schreibt es mal gerne in die Kommentare, wer das jetzt sozusagen war, diese Puppe. Ich hab nämlich den Namen tatsächlich vergessen. Und wir sehen uns dann wieder bei Chapter 2, würde ich sagen. Haut rein. Lasst mir mal eine Bewertung da. Abo nicht vergessen. Ciao, ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.